Also wo ein Sinn wegfällt, muss der Körper das ausgleichen und dann quasi vor allem wenn der Sehsinn wegfällt, wird das Gehör viel sensibler, aber es dauert. Also ich habe auch gemerkt, ich habe es dann über Stunden mal probiert und dann haben wir in der Vorbereitung auch mich dabei gefilmt, was auch extrem interessant war, weil ich dachte, ich bewege mich total normal im Raum und im Endeffekt war es überhaupt nicht normal und ich wusste mich überhaupt nicht mehr zu orientieren. Was die Musik angeht allerdings, ist es natürlich noch mal was viel Konkreteres, weil wenn man ein Instrument hat, dann weiß man ja vor allem beim Klavier weiß man ja wie es funktioniert und es ist sehr mechanisch, es ist ein mechanisches Instrument und dann hat man irgendwie noch mal eine andere Orientierung und gerade wenn man, also ich meine, da gehört auch Talent dazu. Nicht jeder Blinde kann Musik machen. Genauso wie nicht jeder Sehende Musik machen kann. Und meine Figur, würde ich schon sagen, hat ein absolutes Gehör und kann sich super orientieren und so mit den Tönen und allem.